Ich rasiere euch alle Du Götzwebe Du Götzwebe Du Himmelbecker Götzwebe Götzwebe Ich rasiere euch alle Du Götzwebe Nimmt nur eine Nahkampfwaffe rein Und geht in die Ego Perspektive Das einzige was ihr jetzt noch machen müsst Ist gegen diese Wand sprinten Wo der Zentorno davor steht Und ihr seht schon Ihr werdet in die Luft geworfen Und fliegt einfach So sagen wir 5 Meter in die Luft oder so Ist ziemlich nice der Glitch Macht auf jeden Fall richtig Spaß Wenn ihr ihn mit mehreren Leuten macht Wenn es euch gefallen hat Lasst eine positive Bewertung da Ciao Leute und rein Bis zum nächsten Mal Euer Chance of Us Raptor Bis zum nächsten Mal